Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur BrickStory, heute endlich mit einem weiteren Update aus dem Star Wars Raum. Dort hat es ja jetzt etwas gedauert, heute werden wir uns aber darum kümmern, hier noch einige Lücken an der Minifigurenwand zu schließen. Da ist noch einiges dazu gekommen. Mal schauen auf wie viel Prozent der Minifiguren wir dann kommen werden. Dazu gibt es aber auch noch ein paar kleinere Sachen, die ich euch zeigen möchte, zum Beispiel wo wir den UCS 8080 jetzt lagern werden und wo vielleicht nochmal ein MOC 80DE hinkommen kann und kleinere Updates bei den MOCs werde ich auch noch mit euch teilen. Aber lasst uns erstmal mit den Neuzugängen in der Minifiguren-Sammlung starten. Einerseits habe ich ja einige Solo-Sets gekauft, dazu gibt es auch einige Minifiguren, die ich vorher noch nicht gehabt habe. Die können wir natürlich jetzt auch an die Wand machen. Einerseits ist das der weiße Millennium Falcon, der AT Hauler und auch noch der Conveix Transport. Viele coole Figuren beim Solo-Movie, da kann man definitiv nichts gegen sagen. Auch bei den 2022er-Neuheiten hat sich einiges getan. Wir haben hier Tante Beru aus dem kleinen WP, auch Mace Windu mit seiner 187-Legion. Ja, das sind eigentlich drei Trooper, nur diese ganz normalen Trooper, die sind identisch. Das heißt, der eine zählt nur einmal. Diese Mace Windu-Figur mit den Armbedruckungen, wunderschön. Aus dem neuen UCS Landspeeder haben wir hier die C3PO-Figur, die hat dann hier Dual-Molded-Beine. Unterschied zu der aus der Müllpresse, die natürlich auch neu ist, mit Armbedruckung, ist, dass der halt keine Dual-Molded-Beine hat. Zwei neue R2-D2s, einerseits hier aus dem Dagobah-Set. Das ist tatsächlich hier der Misprint, wo dieser Strich da so komplett besoffen drauf aufgeklebt ist. Die haben jedenfalls beide eine Rückenbedruckung, genauso wie Han Solo und Luke Skywalker in den neuen Stormtrooper-Outfits. Luke Skywalker vom Dagobah-Training und auch noch drei Figuren zu The Mandalorian aus dem neuen Mandalorian Starfighter. Die restlichen August-Neuheiten sollten auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Da kommen die Figuren dann natürlich auch noch an die Wand. Kommen wir jetzt zu den etwas selteneren Figuren. Dieser blaue Super-Battle-Droid sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbar aus, ist aber tatsächlich doch sehr, sehr selten, weil er nur in dem Republic Gunship aus 2002 erschienen ist. Alle anderen Battle-Droids, die sind so leicht metallig-grau. Bei dem hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr ihn kauft, dass alle Gelenke heile sind, denn der bricht sehr leicht. In meinem Fall ist der hier heile. Und die Legende selbst, Jedi Bob, darf ich jetzt auch an meiner Wand begrüßen. Das ist jetzt hier der im alten Braun. Wie ihr wisst, wir haben einen Stop-Motion-Film gemacht. Da hatten wir eine Neuauflage von der Figur zu erstellt. Die war dann natürlich im neuen Braun. Da gibt es übrigens jetzt auch einige neue Charaktere aus dem Stop-Motion-Film, die wir noch dazu gemacht haben. Also falls ihr daran Interesse habt, habe ich auch nochmal in der Infobeschreibung verlinkt. Die sind jetzt draußen. Bei dieser Version, die ich gekauft habe, muss ich jedenfalls nochmal hier den Umhang austauschen. Da ist so ein weißer Fleck leider drauf. Genauso wie der Astromech-Droide von Plo Kohn. Der ist in seinem Jedi-Starfighter damals enthalten gewesen. Auch noch gekauft habe ich ja den UCS Y-Wing Starfighter. Die beiden Minifiguren, der Astromech und der Pilot, sind auch exklusiv dort drin gewesen. Jetzt nichts wirklich Besonderes. Und dass ihr hinten noch der Hive da durchguckt oder diese Klammer, finde ich jetzt auch nicht so cool. Genauso wie Han Solo und Leia aus dem großen UCS Millennium Falcon. Die sind tatsächlich gar nicht so teuer, wie ich erwartet hätte dafür, dass es das teuerste Star Wars Set aller Zeiten ist. Das Exklusive daran sind halt hier die Prints für diese Atemmasken. Und aus dem 2016er Klon-Turbo-Tank kommen noch Luminara und Dooley und Quinlan Vos. Das sind auch beliebte Jedi-Figuren und kommen halt aus einem 120-Euro-Set. Das hier ist Rowan von den Freemakers. Freemakers. Keine Kracherfigur, aber sie gehört natürlich irgendwie zur kompletten Lego-Star-Wars-Sammlung dazu. Genauso wie Quarried. Das ist auch wahnsinnig selten. Liegt halt hier an seinem coolen Mold für den Kopf. Wahnsinn, dass sie dafür extra einen neuen Mold gemacht haben. Scheint hier sogar ein Dual-Molded-Teil zu sein. Dieser First-Order-Trooper mit dem Pauldron, der kommt aus dem First-Order-Star-Destroyer. Den habe ich gebraucht gekauft. Da ist er nicht mit dabei gewesen. Jetzt habe ich ihn nachgekauft. Und aus einem Polybag kommt dieser Admiral Yularen in seiner imperialen Uniform. Ich hätte ihn so gerne nochmal als Clone Wars-Version-Minifigur gehabt. Und auch noch einen Pilot der Resistance. Sehr cool finde ich hier seinen Print für das Gesicht. Und auch sein Helm hat irgendwie was Besonderes. Aus dem ersten X-Wing-Starfighter von Poe Dameron damals. Jetzt habe ich aber nochmal eine Kracher-Minifigur, die einige von euch wahrscheinlich gar nicht kennen dürften. Ich kannte sie selber nicht. Der Stormtrooper. Okay, Scherz. Der alte Stormtrooper. Inzwischen gibt es ja einen neuen Print für die Stormtrooper-Uniform. Vielleicht fällt euch direkt was auf, wenn ich die Minifigur hier mal daneben halte. Dort, seht ihr, sind hier auf diesen kleinen schwarzen Löchern nochmal graue Prints drauf. Hier nicht. Diese Version ohne die Prints, die, ich weiß nicht, ob die ein Fehldruck gewesen ist. Jedenfalls ist die manchmal in diesen Todesstern-Fluchtsets mit enthalten gewesen. Weil dort halt ein anderer Print auf dem Helm ist und der nicht in anderen Sets vorgekommen ist, ist das eine seltenere Minifigur. Das finde ich so lustig, hat Markus mir erklärt. Und Markus hat mir die Figur auch verkauft. Vielleicht habt ihr ja Glück und ihr habt das Set von damals. Müsst ihr mal überprüfen, was ihr genau für einen Print auf dem Helm habt. Dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich die große Echo Base reviewt habe. Dort sind auch sehr viele exklusive Minifiguren mit enthalten. Genauso wie der Vampa. Die haben mir auch noch alle in der Sammlung gefehlt. Dann hatte ich ja auch noch den ersten Millennium Falken gekauft. Das sind die Minifiguren, die dort mit enthalten gewesen sind. Zwei der Figuren habe ich noch nicht gehabt. Und das sind auch die beiden exklusiven in diesem Set. Und zwar Han Solo und Prinzessin Lea. Die sind heute auch schweineteuer. Aber wie ihr seht, in einem eigentlich ganz guten Zustand. Also Glück gehabt beim Gebrauchtkauf. Tja und die Minifiguren in dieser Kiste, die habe ich eigentlich alle schon euch einmal gezeigt. Die muss ich nur wieder ran machen an die Wand, weil ich die teilweise für Reviews oder Videos abgenommen habe. Vom fünften Bruder kommt ja auch bald eine neue Figur. Und das ist genau das, was ich jetzt machen werde. Alle Figuren kommen an die Wand. Und zack. Und so sieht es jetzt aus, nachdem ich die Minifiguren angebracht habe. Man sieht vielleicht nicht direkt den Unterschied hier in 2016 vor allem. Aber auch hier sieht man aber schon, dass einiges dazugekommen ist. Natürlich auch der schöne Chrome Storm Trooper und Jedi Bob. Wuhu. Es ist halt schon wirklich cool, wie das jetzt hier inzwischen aussieht. Vor allem mit dem Ambiente vom Raum. Wenn dann hier hinten 2022 geht, glaube ich, locker noch bis hier unten. Wenn nicht sogar noch anfangen dort oben. Wenn das dann irgendwann auch noch alles befüllt wird. Die Mox hier unten weiter komplett sind. Da werde ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Und die restlichen Figuren halt da sind. Es ist jetzt genauso wie beim Panini-Album damals. Die restlichen, die jetzt noch fehlen. Bei denen wird es halt jetzt ein bisschen härter. Bekomme ich alles irgendwie auch hin. Muss man halt immer nur mal gucken, wo man die jetzt genau kauft. Ein paar Polybags fehlen mir zum Beispiel noch einige ältere Sets. Da muss ich halt so ein bisschen überlegen, wie ich das clever und am günstigsten einkaufe. Und dass es auch im guten Zustand ist. Aber ach, das ist einfach der Wahnsinn, wenn man diese ganzen Figuren da so sieht. Das ist für mich ein kompletter Kindheitstraum. Wird weiter daran gearbeitet. Wo auch weiter daran gearbeitet wird, ist an den Mox. Hier haben wir einerseits den Grund, warum bis jetzt noch kein Jabba's Palast-Mock gekommen ist. Ich verzweifle gerade so ein bisschen daran. Ihr wisst ja, Jabba's Palast geht so ein bisschen leicht schräg in einer großen Runde nach oben. Lego macht das immer mit solchen Slopes. Ich möchte das aber nicht mit Slopes machen. Habe hier ein paar Wandtechniken ausprobiert. Die sind aber alle nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und deshalb komme ich da gerade nicht weiter am Palast von Jabba. Und es ist auch bei den anderen Mox so, dass ich gerade nicht so kreativ bin. Ich habe es auch ein bisschen aufgeschoben. Ich habe nicht so viel gemacht in letzter Zeit und habe mich halt auf etwas einfachere Videos, halt News-Videos, die sind nicht so schwierig zu produzieren, fokussiert. Es wird sich ändern. Ich weiß, dass ich auch noch viele andere Videos machen muss. Und dann geht es natürlich auch hierbei weiter. Was schon weitergegangen ist, das habe ich noch gar nicht so direkt gezeigt. Das hat man vielleicht mal im Hintergrund gesehen, ist, dass jetzt hier ein Doppelregal steht. Einerseits haben wir hier den ATTI. Dort möchte ich gerne noch einen Mox-ATTI reinstellen. Vielleicht habt ihr ja ein paar coole Ideen, von wem man das nehmen kann. Selber bauen, das traue ich mir nicht so zu, dass es dann gut aussieht. Der UCS 8080 steht jedenfalls hier drüber dann noch. Das ist einfach perfekt von der Höhe her. Zack, passt hier genau rein. Empfehlung auf jeden Fall. Das sind einfach solche normalen Stangenregale. Macht hier vier Schrauben, auf der anderen Seite nochmal zwei. Und das hängt perfekt an der Wand und könnt es immer in der Höhe verstellen. Man beachtet nicht die Unordnung, die hier gerade herrscht. Aber hier wird dann irgendwann nochmal ein weiterer Tisch hinkommen. Da war vorher mein Review-Tisch. Und da kommt dann noch ein Mock drauf. Welches das genau sein wird, weiß ich nicht. Ich habe jetzt aber erstmal noch genug mit den restlichen Mocks hier zu tun. Und an die Decke kommt noch eine riesige Nebulon B-Fregatte. So wie dort hinten wahrscheinlich noch der Sternenzerstörer. Aber auch das, das ist jetzt nicht die Priorität. Denn je länger das Zeug halt hier aufgebaut rumsteht, desto mehr Staub fängt es. Und die Fregatte, da werde ich ein Custom-Set nehmen. Das heißt, das ist auch mit Anleitung. Und das kann ich einfach aufbauen. Das ist nicht so viel Arbeit, wie sowas selber zu entwerfen. Das heißt, es geht relativ schnell, wenn wir dann irgendwann in Richtung Eröffnung oder Testöffnung gehen. Viel zu tun gerade. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich arbeite daran, dass es wieder ein bisschen flüssiger läuft. Und werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Jetzt kommen erstmal bald die 2022er Neuheiten für den August. Und dann sehen wir weiter, wie es dann weiterläuft. Ich wünsche euch was. Lasst euch nicht von der Hitze zerstören. Ich zerfließe hier gerade in diesem Raum. Wird schon irgendwie klappen. Macht's gut und ciao, ciao.